Hey Gamerinos, ich bin Marc, der B-Mac und wie ihr seht, das ist neu, ich habe jetzt gefunden, macht das mal, dass ihr das Actionshot technisch seht, was ich hier mache, wobei, ich mache ja nicht viel, ich sitze vor dem PC und spiele das fucking Jassspiel, das ich, ähm, Kartenkross, Hearthstone, wer das noch nie gespielt hat, der soll es mal spielen, kann man auf dem Hotel machen, hat wahrscheinlich jeder von euch eine Kacknurz, das ist ja gespielt, ähm, jetzt habe ich mich beleidigt, das sollte man nicht mal, ich habe gleich, auf jeden Fall spielen wir hier eine Kartenkross, das magische Besen verliefst noch als Tollbarath, wer das so immer ist, sieht doch in einer blöden Sicht aus, für jeden von euch ausgespiegten Diener erhaltet ihr einen zufällig Zauber mit den gleichen Mana Kosten, der aber kostenlos ist, also jedes Mal, ich muss, du sicher nicht irgendwelche Zauberdinges nehmen, sondern, äh, ja, ähm, hallo, jetzt kann ich Leute anklicken, Schau noch einen Moment, hallo? Beenden, fuck you! Yes, geht's, das muss ich noch nie starten, das bleibt jetzt alles im Video, das ist mir scheissegal, der Fail von Blizzard, der muss drin sein, also das Spiel ist verpackt, da ist es jetzt, ein Hearthstone, seht ihr es? Ja, wo der Scheiss dran gekackt ist, ja, ist mir jetzt gleich, so, wir spielen jetzt das Kartenchaos, und wir spielen hier die Eckenstellen, jetzt funktioniert es, ähm, und ich denke momentan, nein, ja, sorry, ich bin ein bisschen der Jäger-Typ, aber, ob das gescheit ist, Magier, Jäger, komm, wir spielen Jäger, Keine Ahnung, was da für Zaubersprüche kommen, ähm, Netzweber finde ich immer noch so cool für das, so, wenn eure Hand leer ist, finde ich, nehme ich nicht, ähm, finde ich auch, finde ich okay, weil wir gehen ja wahrscheinlich nicht so auf Dings, das ist super, leider nur eine, ähm, und ich gehe von auf, logischerweise gar nicht von auf Diener, ich werde sonst nichts anderes nehmen, Ich gehe von auf Diener, ich gehe von auf Diener, ich gehe von auf Diener, aber das ist eigentlich auch ein Diener, ich weiß nicht, ob es zählt, aber wir werden es sehen, ähm, dann hier, der ist noch super, und den King Crush nehmen wir einfach auch mal, ähm, nachher im Lower Bereich, Jetzt klingt es als wäre ich ein verdammter Profi, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Scheissspiel Ähm, LeBronom ist immer cool für mich, ist recht stark Ähm, nein, ist ok, glaube ich Ähm, ja, da haben wir noch etwas zum Silenzen, das ist eigentlich auch noch gut Ähm, ja, ist eigentlich auch cool grundsätzlich Die Messerschunglück könnte ich eigentlich auch noch nehmen Wobei, äh, jetzt war ich ja, äh, komm Einen nehme ich, komm Die Schiff stehen hier, den Erfotron nehme ich nicht Jetzt brauche ich eigentlich auch nicht Ähm, kann gut sein Muss nicht, kann gut sein Ähm, ja Jetzt nehmen wir da noch ein paar Grosse, weil der Doktor Boom nehme ich sicherlich Ähm, äh Ähm Den will ich nicht Der Keltus hat nämlich auch Das könnte noch recht cool sein grundsätzlich Und sonst Und sonst Äh, der glaube Ja Der kann auch noch cool sein, der kann mich auch retten Härtere Arena nehmen wir noch Du mal schauen, also ich habe wirklich Ich habe wirklich, ich habe das Das, 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 das Dienst Oder der Kartenmodus noch nie gespielt Das ist ja immer so etwas speziell Und äh, das ist jetzt eigentlich mal das Deckel, das ich erstellt habe Und ich bin gottsämmerlich in so Deckel, das geht immer im Hintergrund nicht schauen, wenn ich spiele Aber wir wollen ja gewinnen Ähm, nochmal gewinnen Vielleicht müssen wir dann noch ein zweites Deckel nehmen, wer weiss Okay Das ist einer, der sicherlich draus kommt Vielleicht hätte er sich nicht da mit Geld, das investiert Äh, das noch wegnehmen Hoffen wir jetzt, dass wir da etwas Lachen Ja, naja Einer Drop wäre schon gewesen Ich kann ihn schon bringen, aber es ist so ein wenig Ja, und die hat sicher schon, weiss nicht was für eine Hurenkarte, du dumm Okay Okay, da hat irgendeine Taktik dahinter Scheiss mich schon an, fick dich Ja, scheiss mich an Das ist so ein Typ, der so eine behinderte fucking Taktik hat Äh, das gebe ich mir eh nicht in diesem verdammten Modus Und fuck it, dann haben wir noch einen anderen Das spüre ich schon Das ist sicher, dass er sich irgendwie 5 Jahre sich darüber Gedanken gemacht hat, wie viel was er von der Karte da rein tut Was wahrscheinlich äh so eine grosse Schnäbe hat Und vielleicht auch so viel Riesen Michi auf der Fall Ja, der sieht schon ein wenig normaler aus Ja klar, der ist immer noch beschissen Aber ja Hörl da Das wäre eigentlich eine super Kombination, oder? Ähm Den Dr. Boom behalte ich mal, weil Ich finde den Dr. Boom einfach geil, also ist ne? Uuuu Okay, jetzt kommen wir Wenn der Jetzt hoffen wir, dass der Uuuu Da gibt's da Top-Sache hat er da Ey, Lantaner Er ist ein ganzer guter Jaaaa Und jetzt? Kann ich Ähm 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 Eigentlich müsste ich fast an, da kann ich mir doch jetzt auch sicher kommen Löst alle Todesrechte und dann fängt ihr euer Diener aus Ich glaube leider glaube es gar nicht so Aber ist ja schön Schön haben wir das probiert Uuuu 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 Das ist jetzt die Frage, was ich noch nehme Aha Und? Juppa Uuuu Uuuu Schön Das ist natürlich ganz geil Das ist natürlich eine super Sache Ich greife jetzt extra nicht an und hoffe auf das Beste Okay Er hat natürlich auch irgendwie eine Zaubersprüche, oder? Ja Gut So, jetzt probieren wir mal etwas, was vielleicht lustig könnte sein Schau Uuuu Und Wumm Und Wumm Und dann nehmen wir hier der, der jetzt kommt Jetzt kommen die Magic-Jokes-Datei stehen einfach Zwei Scheisse-Datei stehen einfach Aber es macht noch keinen Sinn, oder? So, so, so Ne Und dann weg 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 Und wir haben herausgefunden, dass es nichts bringt. Ich werde jetzt so übersprüchen. Also von dem her, naja. ELEK! ELEK! Komm da! Uuuuui! Uuuui! Nicht da! Naja. Einen mit Max 3 Angreifen. Nehmen wir doch hier mal das noch. Und hoffen, dass der angreift. Und wenn der angreift, dann wäre der weg. Was ja grundsätzlich cool ist. Uuuu, schau mal. Jetzt kann ich den Topmodus machen. Wow! Natürlich! Fuck you! Das kann nicht wahr sein. Von meinem Deck, was kommt. Selbstverständlich das. So ein Schwanzlörch. Ein riesengrohrer Schwanzlörch ist er. Jetzt nehmen wir mal das blöde Portaschis mit. Ähm. Jetzt müssen wir alles noch ein wenig vernünft. Wie? Ah ja, ich könnte echt... Da, ne? Okay, könnte. Das ist es. Das sind leider die Karten vernünft. So. Oh, jetzt kommt er da mit den harten Sachen. Wesentlich. Okay. Okay. Ah, schau. Da sieht man nichts. Da sieht man definitiv nichts. Aber ich kann natürlich... Okay. Das ist komisch über die Karten. Das ist ja... Ja. Ja. Dann haben wir es wirklich etwas Grosses bringen. Ich werde wahrscheinlich mal... Oh, nice. Ähm. Ähm. Der Doktor Boom bringen. Wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich mal. Also bringt... Uuuuuh. Jetzt haltet er da die harten. Das Ding, aber... Das Ding, aber... Okay. Ja. Jetzt wird es ja auch so lustig, oder? Jetzt wird es ja auch so lustig, oder? Jetzt mal schauen, mit was es kommt, oder? Das ist wirklich so eine Frage, die... Oh, schau. Okay. Oh, nice. Nice. Das ist ein Wichser. Ein riesiger Schwanzer. Ähm. So, die Frage, was er jetzt... Wot... Ah. Komm. Das ist mein Scheiß. Keine Dämonen. Das ist mein Mann. Ich komme weg mit dem Sieg. Ja. So, ich drü. Fyr. Fünf. Sechs. Nei. Vi... Ah, 40. Karte. Das kann ich bringen. Ich kann das nicht sagen. Maja... Okay. Was ist das? Okay. Ich habe jetzt einen... Ich habe einen... Ich habe einen Schaden, oder? Okay. Ja, gut. Ich habe einen Schaden. Okay. Ja, das ist okay. Aber... Ich habe immer noch den Ding, dass er etwas bringen würde. Okay, den Crash bringen. Ja, das ist ein super Ding. Natürlich. Und... OOWhat Ich habe keinen Dingen, sonst würden sie machen. Ich bekomme einen Grosswildjäger nehmen, wenn er sich jetzt irgendetwas bringt. Gestimmt, ich hätte diesen nehmen können. Der Dreck. Der hat noch weg. Ja gut, der hat nicht den Gink rum. Oh, bin ich total diener. Ja gut, ok. Ja, aber das macht es noch nicht besser, dude. Ja, das macht es auch nicht besser. Was nehmen wir da Schönes? Ok, ja da. Ich habe mal diese Kombination, so, hier da. Ja, ich habe da. Eine zufällige Fremdung dient oder verstört? Ach, die Waffe, äh, das Gegner ist... Ok, naja. Ja. Das bringt jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall schon mal wieder ein wenig Druck, oder? Man, er hat... 5 unnützige Dinge. Ui, 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 Inspiration, he? Äh, das Problem ist, dass du dich fast nicht mehr inspirieren kannst, du riesige Michi. Hier hast du noch 4. Du kannst das schon wegmachen, aber das bringt dir das wirklich. Oh, Achtung, jetzt kommt er damit. Du weißt noch was für Moves. Ok. Ich habe immer noch 2 Hyänen. Was machst du jetzt? Ui, 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 ui! Nice, nice, schön! Aber du hast verloren, du, du hast verloren. Komm ja. Ui, ui. Vernicht da in deine Strebälle! Schau da, ui! Und dann haben wir auch noch, komm da! Also ihr habt es gesehen, so macht man es. So könnt man in diesem unglaublichen Hardstone Spiel, oben rechts könnt ihr das ganze abonnieren, Freude haben, geniessen, wenn ihr mehr so Videos wollt, gebt doch auch noch einen Daumen hoch, ich bin's, Marc, der Bimack. Vielen Dank.